Heute machen wir gerade Bunz. Franziska hat euch das Rezept gewünscht. Mega coole Idee. Rezeptblatt findet ihr wie immer im Beschreib. Als erstes kochen wir das Salzwasser vollgas auf. Dann habe ich hier die Zähnblätter Krutstil, respektive Mango. Das ist dasselbe. Ich wasche. Dann brauchen wir Eis für das Eiswasser. In der Zwischenzeit für den Teig habe ich hier 160g Mehl. 1 Deziliter Milch. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Muskatnuss. Nicht all zu viel. Jetzt müssen wir das hier schön vermischen. Salsiz und Pinnerfleisch. Darunter mischen. Dann wird es zur Gewohnheit, dass wir etwas vergessen. Das Ei natürlich gehört auch noch dazu. Ich gebe jetzt hier auch noch drunter. Der Teig muss über diese Konsistenz haben. Wenn es auch zu flüssig ist, geben wir ein bisschen mehr Mehl dazu. Dann machen wir jetzt Mangoplätter und blanchieren. Blanchieren heisst einmal stark oder ganz schnell aufkochen. Und dann im Eiswasser abschrecken. Da geht es gerade darum, dass ihr die Farbe schöner erhalten bleibt. Zum einen. Zum zweiten. Dass die Flätter ein bisschen weicher sind. Dann gehen sie besser zum Rollen. Sobald es kocht. Sobald es kocht. Wieder rausnehmen. Und direkt das Eiswasser. So. Möglichst schnell abkühlen. Durch das Abschrecken bleibt die Farbe schön erhalten. Wie gekühlt sind, nehme ich es zum Wasser raus. Anschliessend den Strunk raus schneiden. Dann hier bereitlegen. Zum Füllen nachher. Dann die Blätter flach vor einem herlegen. Hier die zwei Enden. Ich lege sie ein bisschen übereinander, damit ich eine schöne Fläche habe. Dann gebe ich ein bisschen Füllung drauf. Nicht zu viel. Sonst haben wir ein Problem mit dem Rollen. So. Die Seite ein bisschen hoch. Haufe. Ein bisschen schlagen. Und dann so. Ein bisschen farmen. Wie Sushi. Plus Minus ja. Die Serie ist konzentriert. Extrem. Sonst gibt es nichts hier. Wenn ihr so perfekte Blätter habt, ist es relativ einfach zum Rollen. Wenn sie auch verrissen sind. Oder zu klein. Dann kann man auch einfach mehr Blätter machen. Und dann zwei übereinander legen. Das geht auch. Dann zum Kapunz kochen. Zwei Deziliter Milch. In eine Pfanne geben. Die etwa gleich gross ist. Die Kapunz. Von der Fläche her. Ich gebe ein bisschen Bouillon dazu. Nicht zu viel. Weil wir haben schon recht viel Salz vom Salzitz und Bünderfleisch da drin. In der Füllung. Jetzt werden wir das aufkochen. Die Milch kochen. Dann lege ich jetzt schön eins Kapunz neben dem anderen rein. Mhhh. Schmeckt fein. Mhhh. Schmeckt fein. Ich hoffe, das wird es dann auch. Machen wir keine Sorgen. Ich habe hier einen Bärkäse. Das ist jetzt Bündner Bärkäse. Passend zum Thema. Können Sie sich hier oben drauf beteiligen. Zurück auf die Herdplatte. Deckel drauf. Und runter stellen. Auf öppen. Fünf. Von nichts. Jetzt haben wir das Zeit bis 15 Minuten. Äh. Kacken. Gut. Wunderbar sieht das aus, he? Wow. So. Jetzt haben wir hier noch eins, oder Sandro? Oh ja, ich freue mich. Das sieht dann so aus. Spätzle Teig ist soweit durch. Und noch Geld für dich. Wenn euch das Rezept gefallen hat, machen wir es noch. Ähm. Ich freue mich zu probieren. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß miteinander. Mhhh. Super schön.